In 20 Sekunden muss ich über den ganzen Platz jonglieren. Mein Kollege meinte, wenn ich das nicht schaffe, muss ich ihm einen großen Döner ausgeben. Ich muss jetzt echt um mein Leben rennen. 20 Sekunden ist so wenig Zeit. Aber ihr seht schon, Freunde, ich bin schnell unterwegs. Boah, ich glaube, ich kann das echt schaffen. Das wird spannend. Und ich weiß nicht, wieso mein Kollege mich anfeuert. Der will doch einen Döner haben. Okay, egal. Jetzt die letzten Meter. Ich muss nochmal richtig anziehen. Hat das überhaupt schon jemand vor mir geschafft? Stopp, Freunde. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wir haben gar nicht die Zeit gestoppt. Hab ich es unter 20 Sekunden geschafft?